ich habe ein bisschen eingelesen wird er aus unserer fertigkeit aber durch meine 23 punkte man sollte jetzt mal anfangen das zu vergeben das ganze sacht und wir haben richtig langweilige teil ich denke mal wieder anhand hier noch mal was reintun so stimmt ich muss ja erst level 25 dann habe so ein feuer waffen werden wir noch mal machen wie war das ah nee nach 50 war es noch mal da mal drei rein führung meine ganz verkehrt schlossknacker war ich mir ganz schön wichtig so definitiv mehr schade wir müssen die chance mit einem feuer waffen ach so und hier ok es ist hier schaden zu vermeiden ok dialoge vielleicht noch ganz schön wichtig gut ok cool dann mehr gewichte für jeden fall hat nur ein ok was ausreichen so wer ist ein ausweich sprungfläche drüge dem springtaste zwar vorwärts zu springen so kannst du schnell die distanz zu regnen das ist perfekt wenn du einen block genau ansetzt in der gegnerische angriff einstieg ich bringe es der einkauf in den taumeln ok oh oh aus dem verbreit ein ich habe die grafik gerade ich muss kann es noch mal passieren aber bei kurzem machen einstellungen grafik ja gut ok aber jetzt zeigen was ist es zeige manche operationen an diese viel verzahnen verändern die farbe was für mich jetzt spiel angenehm sind wenn man halt mal drehen wenn es hässlich wird dann lassen wir das machen so daraus faust hingestrahlt 3d auflösung bewegungsunschärfisch aus gamma sichtfeld passt keine ahnung was stehen geblieben sind mehr hauptauftrag stirbt roboter stirbt ja jetzt die ludwig zurück das machen wir jetzt als sogar ahnung wo die ludwig gerade ist wenn ja noch was gemacht das weiß ich der straußer kann man ja quatsch okay so kurz mal verlassen muss ich ein bisschen rein finden wie viel wie es weniger sogar wenn man denkt so hey kann man ja habe ich nix doch wir können hier halt 20 da war die knarre und schon nach klar wenn man die sniffer drei haben wir die schröpze für unsere knife ok hält sich schon für drei folge nach mir an hey bring us honor soldier uh yeah you beat that scout to scrap with its own legs pull it's off the cables out its head case actually don't tell me rather use my imagination you're a passing fair soldier i will confess but you are one and the enemy is legion what you need is an equalizer a weapon to strike fear in their cold mechanical hearts cantina lavatory behind one of the toilets that's where i've kept it hidden in all these years okay das sind die kamer auf dem kluft versteckt sharp endet the lavatory is the very last place a mechanical has need to enter ja das stimmt und die double soldier don't want the bartender poking around in there with a map müssen wir jetzt in die kneipe rein wo die lady ist nicht jetzt wartet mal bitte kurz ich muss raus tappern ich habe das gefühl dass es droppt ist es zu viel aber alle das schnelle 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 äh 2080 die dafür nicht heulen das ist meine äh 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 89 ti da kein problem hatte das war ein z coming ach so es war sie rufe okay hm hurra die aktion genau das lässt sich ja glaube ich selber ruf okay passt dass man die kneipe rein und in der toilette nach der waffe suchen ich glaube wir können die aber schnell speichern gelbe der fünf ja speichern perfekt genau ich glaube hier ganz schön wichtig ich wonder of the plagues ever going to pass just keep working work for the five the spirit geht das hey okay vielleicht kann man das irgendwie später nochmal noch verbessern dass es mit mehr ausdauer das glaube ich habe keine ahnung kein 99 ah couple inlauf eben enl erregen ludis waffe wurde woche plage stoßpistole leichtes maschinengewehr durch die pistolversum im vergleich zu legen zu schluss zu ihm verlassen escape 18 das ist auch dann ach so da muss ich jetzt da okay dann ist aber sein ah da ist es ist manchmal weird mit dem dreher hallo If found, please return to Ludwig Miller at the landing pad. Thanks. Oh, ein Schwert. Tiger Säbel. Scheide, dass man aber damit nichts anfangen kann, generell. Oder halt irgendwelche Inschrift, das sind für Geheimnisse oder so. Kick me. Wow. Kick me. Carry zu Ludwig zurück. Und nochmal raus. Das ist natürlich schön, wenn es so... Wenn es keine Ladezeiten gibt. Aber cool, aber naja. Kick me. I'm a Silver Angel. Hm. Hab mal am Mund. Hm. Was haben wir? Was drücke ich nicht hier? War der 5-Drücker? Ach, nur einmal E-Drücker. Okay. Du wünschst auch keiner Wäsche. Hä? Nö, nö. Ich dachte gerade. Ach so. Oh, ich hab kein Traumspass. Äh, ich nehm mir mal an, du trinkst wohl nicht. Ja. Strong drink makes me sick. And it makes me real sad. I start thinking about things I oughtn't and then... Well, never mind that. You got better things to think on. Na, schon alles gut. Lass uns reden drüber. Äh, bräuchte ich dir entschuldigen, wenn du drüber reden möchtest. Äh, ich dir gerne zu. Genau. I'm sorry, I shouldn't have said anything. Okay, schade. Was sage, das kann man auch mitnehmen. Boah, Mann. Er hat mir doch kein Schräger, ey. Meine Güte. Was soll die Schürzung machen? Dann krieg ich ja. Paddel brauchen wir jetzt nicht. So ein Arsch. Hm. Jetzt haben wir hier nichts, ne? Ist der Geber drücken. Schwester. Ruf damit. Ich bin ein Herzinfarkt, wie geht ihr? Okay. Gut, alles clean. Wir können. Können wir da drüber hüpfen. Wir haben ja gar keine Jump Power. Echt mies mit uns. Mit F können wir uns heilen auf jeden Fall. Nur wenn wir das wechseln. Okay. Das war jetzt Quaistet. Ich hab das, wenn ich drauf bleibe, dann... Wann sie vielleicht nochmal bugigen. Bin es aber eh strange. Eigentlich ist ja der Plan. Wir sind ja nur abgestürzt gewesen. Oh, kein Sinn. Nein, kein nix. Da können wir vielleicht so Pflanz abbauen. Oh, ist ein bisschen Farmer-like. Wow. Die haben ja den Kopf wegsprengt. Ich weiß, wenn er das nicht zu springt, aber... Guck mal, woher kommen wir denn das? Können wir das so machen? Transponition. Ne? Da kommen wir nicht rein. Ja, jetzt werden wir ein bisschen umgucken. Ein bisschen reinkommen, wisst ihr... Geht das? Ne, geht nicht. Jetzt müssen wir so ein Boot langsleiten. Da habe ich mir gedacht. Schade. Mr. Sir Sir. Wenn ich klein war, bekommen wir Freighter und jeden Sonntag Noon. Jetzt kommen sie nur nur mal im Monat. Ich liebe den Wind hier. Was hast du hier? Nö, alles gut. Hier darf man keine Rede. Hallo. Ja. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Hmm. There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Ah, was hat der eine? Er hat mir den Kurzpreis gegeben. Er hat das Gefühl, dass ich das bereuen werde. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. I'm going to try to get you all. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're going to have to find an intact model somehow. Poverty while looking with your interest I don't reckon so I work with gears and pistons and such Stuff you can put hands to Computers and mechanical brains are outside my kin You know, she names the mechanicals she fixes Calls them Bess and Clancy and so on Keep a careful eye on her Could be a sympathizer Don't tell anyone, alright? I've got a contact A real expert in the inner workings of the automaton We are going to rip those mechanical secrets right out of their circuits Warte mal, sagen Siemens, okay, ich hab die Kontaktperson Nehmen Sie sich mit den Inlebnissen an Maschinenwesen auskennt Wir werden die Geheimnisse der Roboter Direkt als ihren Schaltkreisen reißen Wahrnehmung Well, excuse me What I meant was I'm going to get a contact Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you If you die horribly I will pour out a can of Zero-G to your memory Geh mal raus Mir ist das gar nicht so geheir mit dem Typ, ehrlich gesagt Kann das sein, dass ich hier scheiß abkrabbelt hab? Lass doch die Tür zu So, sehe ich auch so Werkbank Mod installieren Was haben wir denn da? Na, kann man für Mod Begriff senkt den Verlust an Haltbarkeit der Waffe bei der Nutzung Okay Das kann man bei dir machen Mal auch was Wir haben kommen auf dem Magazin Ändern den Schadenstipp der Waffe auf Schock Äh, auf Plasma Magazin, die Magazinstipps wieder Waffe Oh, das wäre cool Wie viele Mods können wir aber installieren? Ah, ach so, da oben, okay Weitsicht Waffenreifheit plus 25% Ah, verstehe Äh, Mod installieren Jetzt haben wir hier noch Schwert Jetzt war der Griff Hm, cool Schrotgewehr Scharfschütze-Gewehr Schock Äh, Plasma Magazinkapazität wieder erhöht Äh, da haben wir nix mehr Schade Äh, okay Reicht ja erstmal Was würde theoretisch passieren? Nur theoretisch Wir gehen jetzt alle mal da rein Oder kommen wir da raus Ich speichere einfach mal so Wenn ich die haben jetzt die Birne wegpusht Let's go Get up Ah Let's get it Hier kommt der sehr fraglich rüber Der Herrzeitgenosse Hier oben war was drauf Warum bin ich jetzt runterglitscht? Wie, ich hab da wieder so Alphawand-Scheiße gebaut Mit einem Flippi aus Okay, ist ein Blätwürmer Mach ein Blätwürmer Aber das hat Ich hab hier gerade das Gefühl Eigentlich muss man hier hochkommen Weil hier ein Lund versteckt ist Und auch was Ich hab das Gefühl Sie sind ja gerade voll geklitscht Oh, 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 oh Aua Und Fuß gebrochen Ist okay Ist kein Gebäude hier Ist das nur das eine Gut, ist das Landepad Von daher Ist das eigentlich für Automaten Können wir die knacken? So verkaufst du Automat Ah Kommst du rein? Hallo Was können wir dazu machen? Leichte Munition Schwere Munition Wenn wir auch schon mal hier drin sind Ich weiß Es ist die eine Schlossknack-Dinger da Die Was halt richtig Material Egal, ne? Aber Aber Ried ja schnell Weiß wird aus anderem Zeug raus Daher Ne, 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 ne Ich bin doch nicht Ich knack hier doch nicht Also Ich bin halt verrückt Reichterst die Tür Äh, warte mal kurz Können wir die jetzt Waffenteile zurückgewinnen Langstab machen wir eigentlich nicht Auf allem hier mal die üble Waffe, ne Ganatenwerfer Ich kann behalten Schockkanone zieht sich doch gut an 141 Ja gut Reicht, weil wir einen haben, da Ja Ja, sind beide gleich Von daher Süße, kleine Waffe Braucht man nicht Kommt weg Slashhammer Noch ein Schwert Weil das ist Ich bin halt auch von Arsch Wenn wir das mit der Waffe vergleichen, ne? Klar, ist ein bisschen gedamaged Aber hey Who the fuck cares? Ah, was haben wir hier? Nichts Maschinengewehr Jawohl, war schon cool Wurfballblocker Ah ja Wurfballblocker Muss ich selber nochmal alles haben Bevor wir wieder rausgehen Weil Ich will sicher Dass ich das so klontet hier Wofür haben wir noch von Material Ah, 2.20 braucht das Ich bin Schlossknacker besser Wetter, Mann Ah, guck mal Da war ich jetzt wieder 2 Jetzt habe ich jetzt nur 1 Verlust gemacht Haben wir hier drin eigentlich alles, ne? Mal gucken kurz Die Kiste Ademeyer Genau Lololo Ich glaube, das interessiert ich gar nicht Die Tür war halt auch für mich Wir waren drin, ne? Der Rest ist eine völlig Schnuppe Wir haben nur geschmeißen was geguckt Was sind das eigentlich für Dinger, was wir da haben Rüstungsteile Ach, das ist ein Schrott, okay Verbringungskontakte sind es die Wieder zu hacken Keine Ahnung Ah, da kommen wir doch Okay, da kommen wir doch Okay, da kommen wir doch Gehen wir mal vorwärts Die Tür, ich mach mal nicht auf Ach, wir sterben Ist alles mitnehmen Da haben wir hier so Die Plasmaschneider Dingsen Ist eigentlich ganz schön rough Na, guck mal Mal ziehen wir doch mal wieder Mal schauen wir doch mal Mal schauen wir doch mal Haben wir zuerst noch eine Quest hier in der Nähe Mabels Finger Okay Er wird halt in der Kopf Gehörst mehrere Blinden Das ist die in der Region betroffen Ja, machen wir noch Hat mir eigentlich nicht jemanden Grabschirm zu suchen Irgendwie war da was So würde er gerne an gucken Aber ich glaube, das war gefährlich noch Nö Viel zu gemauern Nicht mitnehmen Voll gemein Soll ich mir die Dinge davon erzählen, dass wir was Böses machen Da war ja was Ganz komische andere Viecher Genau die Danke Irgendwie hat er den Kopf abgerissen Gut, haben wir ihn entdeckt Und wo er steht Ah, das ist der Opa Okay Warte mal Der Baum noch ist drin Nichts Nichts Oh Halt! Unexpected. Security Patrol initiated. Oh, was geht jetzt hier ab? Jetzt aber höchst umzusurfen euch. Äh, Mädel, kommst du mal? Nein, das war falsch. Z muss ich hier steuern. Oh. 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 Das ist ein bisschen wenig. Ich fach ab? heiß müssen weg rein finden das heißt ein plasma schneider hier ganz gut wissenschaftler wissenschaft die wissenschaft exklusives zeug okay aufpassen interessant interessant okay das ist mir schon dann geht es auch mal weiter und bis zum nächsten mal auf wiedersehen tschüss ja 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 Vielen Dank.